Lake Pukaki. Leider regnet es. Man kann schon das hellblaue Wasser erkennen. Man kann schon das Wasser sehen. Man kann schon das Wasser sehen. Hier ist das Lake Pukaki Information Center. Das haben sie auch sehr schön gemacht. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Ich kann gerade hier schön ein Video machen, weil es ist niemand da. Jetzt gehe ich mal hier rein. Fangen wir mal hier links an. Ich gehe da mal und gucke. Ich gehe da mal hier rein. Ich gehe da mal an. Ich gehe da mal zu. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal an. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.